Also so ein Gast hat man schon gerne in seiner Sendung. Wissen Sie eigentlich, dass sie um ein Haar gar nicht hier auf der Bühne gestanden hätte? Sie wollte nämlich Mathematik studieren und Mathematiklehrerin werden. Gott sei Dank ist es nicht geworden, weil es zu viele Studenten gab und sie nicht rankam. Dann hat sie Musik studiert und jetzt ist sie Gott sei Dank bei uns. Also bei so einer Lehrerin wäre ich gerne in die Schule gegangen. Ich bin sicher, dass du bei mir eine sehr gute Schule gewesen wirst. Oh ja, da bin ich auch sicher, ja. Du hast also unser Duett gelernt? Oh ja, ich habe nachgesessen und habe unser Duett gelernt. Lippen schweigen. All die Schritte sagen, bitte hab mich lieb. Jeder Druck der Hände geutlich mit uns verschwindet. Er sagt klar, sie ist wahr, sie ist wahr, du hast mit mir. Bei jedem Mann zerstört, tanzt auch die Seele mit. Da hüpft das Herz ja kein, das kommt und kocht, sei mein, sei mein. Und der Mund verspricht keine Wort. Doch das ist kein Mund im Affen. Ich mag dich ja so lieb, ich mag dich lieb. Ich mag dich lieb, ich mag dich lieb. Ich mag dich lieb, ich lieb, ich lieb. Er sagt, na, es ist wahr, es ist wahr, du hast mich lieb. Vielen Dank.